The project is called Water Me Up und dieses Projekt hat vier 10.000 Liter Tanks gespendet. Damit werden vier Schulen versorgt mit je 200 Kindern. Und es können mehr Kinder versorgt werden. Warum ist dieses Projekt so enorm wichtig? Weil die staatliche Wasserversorgung unzuverlässig und extrem teuer ist. Das heißt, die Leute sind manchmal wochenlang ohne Wasser. Mit dem eigenen Bohrhol, also mit einem Brunnen in die Tiefe, hat das Projekt Water Me Up auch die Unabhängigkeit der Wasserversorgung gesorgt. Vielen herzlichen Dank für Water Me Up und alles Gute!